Hellsehen und Medialität. Gibt es das nur im Fernsehen oder ist es wirklich so, dass wir diese Fähigkeiten haben und anwenden können? Mein heutiger Gast sagt ja und ich weiß auch wie, denn er ist vom Beruf Hellseher. Es gibt Berufsbilder, da schrillen bei einem alle Alarmglocken. Versicherungsverkäufer zum Beispiel und neuerdings auch Journalisten gehören dazu. Und es gibt die Hellseher. Wenn jemand von sich sagt, er ist ein professioneller Hellseher, dann muss man schon sehr vorsichtig sein und ihn sich ganz genau anschauen. Ich kann Ihnen versichern, diesen Mann habe ich mir genau angeguckt, bevor wir ihn hier eingeladen haben. Herzlich willkommen, Martin Zoller. Dankeschön, schön, dass ich bei euch sein darf. Wir kennen uns, wie gesagt, schon eine Weile. Wir sagen du. Trotzdem zuerst die Frage, bist du ein Betrüger? Nein, sonst würde ich nicht hier sitzen. Du hast vorhin erwähnt, dass es Berufe gibt, die gewissen Vorurteilen verhaftet sind. Da gehört die Berufung, die ich ausübe, sicher dazu. Aber ich würde sagen, das gibt es überall. Das gibt es nicht nur bei Journalisten oder Fernsehmoderatoren, sondern auch Juristen, Ärzten, alles Mögliche. Du hast gesagt, man muss sich einen Hellseher immer gut angucken. Das ist auch so. Und ich sage zum Beispiel immer, wenn man einen Hellseher aufsuchen möchte, sollte man ihn nicht aus einer Zeitungsannonce auswählen, sondern auf direkte Empfehlung eines Freundes oder Familienangehörigen. Du bist eigentlich in der Schweiz geboren, lebst seit 20 Jahren in Südamerika, in Bolivien vor allem, und hast vor allem dort ein großes Renommee gesammelt, sagen wir mal so. Das ist jetzt nicht, was ich erfinde, sondern das kann man dort in der Zeitung lesen. Und was man da unter anderem liest, ist, ein Diktator wurde im Gefängnis in Paraguay besucht von einem gewissen Hellseher namens Martin Zoller. Was hat es denn damit auf sich? Das war so. 2004 war es, ne? Das war 2004. Ich wurde von, das war Lino Oviedo, damals lebte er noch, eingeladen, ihn zu besuchen, um ihn zu beraten, ihm eine persönliche Analyse zu machen, natürlich auch seine Zukunft beruflich oder politische Zukunft zu analysieren. Warum saß der überhaupt im Gefängnis? Ihm wurde ein Putschversuch vorgeworfen und von oppositionellen Politikern wurde er dann ins Land eingeladen. Man hat ihm eine faire Verhandlung versprochen, das kam dann gewissen Aussagen zufolge nicht so, und er wurde dann eingesperrt, wurde dann aber vor ein paar Jahren, vier, fünf Jahren oder so, wurde er wieder befreit. Er hat dann auch wieder eine neue politische Partei gegründet, bevor er dann bei einem Flugzeugunfall verstorben ist. Er wollte einfach wissen, wie es bei ihm weitergeht und was ich für seine Zukunft sehen kann. Und was hast du gesehen? Was ich gesehen habe, ist so, wie es gekommen ist. Eine Audienz bei ihm war für ungefähr 45 Minuten geplant. Ich blieb zwei Stunden bei ihm. Es war ein sehr ausführliches und ein sehr schönes Gespräch. Natürlich kann ich jetzt hier nicht auf Einzelheiten eingehen. Also da hältst du trotzdem dicht, obwohl er schon tot ist. Klar, auf jeden Fall. Meine Schweigepflicht geht über das Leben hinaus. Okay, gut. Wer weiß, vielleicht kommt ja bald wieder ein Diktator, der wird es dann so schätzen wissen. Aber du berätst ja jetzt nicht nur Diktatoren. Du hast ja 1999, hat man von dir gehört, weil du ein vermisstes Flugzeug gefunden hast. Wie war die Geschichte? Das war ein Flugzeug im Dschungel von Bolivien. Das war eine kleine Piper, die ist abgestürzt. Vier Tage lang wusste man gar nichts, obwohl viele Versuche unternommen wurden, das Flugzeug zu finden. Und dann am Abend des vierten Tages kamen Familienangehörige zu mir. Die wollten wissen, ob ich sehen kann, ob ihre Familienangehörige noch leben würden. Ich habe gesehen, ja, anhand der Aura-Fotos. Und ich konnte dann dank einer Landkarte, über die ich mit meiner Hand fuhr, um zu spüren, wo das Flugzeug sein konnte, einen Punkt ausmachen. Ich habe dann diese Lokalität den Familienangehörigen mitgeteilt. Die konnten dort tatsächlich dann auch das Flugzeug finden. Das wurde dann selbst in der spanischen Version von CNN veröffentlicht. Das kam in vielen Fernsehkanälen in Südamerika. Also man kennt mich nicht nur in Bolivien, sondern auch in vielen anderen Ländern Südamerikas, weil ich doch sehr viel in der Presse war und auch in Bolivien mein eigenes Fernsehprogramm hatte, das eigentlich über den ganzen Kontinent auch via Satellit zu sehen war. Und du hast auch mal 2004 den Präsidentschaftskandidaten Gonzalo Sánchez de Lozada beraten. Der wurde dann auch Präsident. Das hast du vorhergesehen? Das habe ich vorhergesehen und ich habe mit ihm und seinen Leuten gearbeitet, speziell mit seinen Leuten. Und ich war dann mit ihm zusammen, eigentlich mit seinen Leuten speziell, bis er dann aus dem Land gehen fliehen musste, als es einen Militärputsch gab. Okay, diesen Putsch hast du den auch vorhergesehen oder wie war das? Den habe ich auch vorhergesehen. Ich habe das übrigens, das wurde auch in der Presse veröffentlicht, dass ich den vorhergesehen habe. Ich habe den im Fernsehen vorhergesagt. Und das war natürlich auch wieder ein weiterer Punkt, der für mich sehr viel positive Aufmerksamkeit erweckte, weil das dann stattdessen auch so kam, wie ich vorhergesehen habe. Und deswegen auch, wie er viele weitere Türen geöffnet hat, unter anderem eben auch zu diesem Lino Viedo. Haben denn die Gegner von ihm, von diesen Präsidentschaftskandidaten, auch solche Hellseher gehabt, die Sie da medial beraten? Da gibt es eine lustige Anekdote. Während des Wahlkampfes 2001 oder 2002 bin ich von Santa Cruz nach La Paz geflogen, um mit Leuten von Goni zu arbeiten, um die zu beraten. Und zwei Reihen vor mir saß eine Dame, die ich kannte, die auch medial arbeitete. Und ich habe mich dann neben sie gesetzt und fing mit ihr an zu sprechen. Ich habe sie gefragt, wieso sie dort in La Paz gewesen sei. Sie erzählte mir wegen den Wahlen, dass sie mit einem Politiker, mit einem Kandidaten arbeiten würde. Und dann habe ich ihr erzählt, was ich gemacht habe in La Paz. Und dann sind wir kurz bei den Storken gekommen, weil wir fest merkten, dass wir natürlich für oppositionelle Parteien arbeiten würden und da gegenseitig den anderen medial ausspionieren. Und wir haben dann das Thema dezent gewechselt. Okay. Aber es scheint schon irgendwie dort in Südamerika, Mittelamerika, viel verbreiteter zu sein als hierzulande, oder? Ich würde sagen, wobei ich auch gelesen habe, dass zum Beispiel Mitterrand seine Astrologin hatte, das spanische Königshaus mit medialen Beratern arbeiten würde. Ich glaube, es ist in Mitteleuropa etwas weniger verbreitet, wird aber öfter eingesetzt, als es nach aussen dringt. Ja. Mit Geschäftsleuten oder Privatpersonen, dass viel, viel mehr Hilfe von medial begabten Menschen suchen, als man das dann tatsächlich nach aussen auch zugibt. Es ist ja auch, glaube ich, an die Presse geraten, dass die Polizei nach dem NSU-Terrortrio mit Hilfe von Hellsehern auch gesucht hat, hier in Deutschland. Das kann sein. Ich habe gelesen, dass während der RAF-Zeiten, er als Schleier, wo der hieß ja, glaube ich, damals entführt wurde, ein Pendler gefragt wurde von der Polizei oder vom BND. Also der so einen Pendel hatte. Genau. Und der hätte dann tatsächlich auch gesagt, in welchem Haus Schleier zu finden sei. Und man hätte dann später, das habe ich zumindest gelesen, herausgefunden, dass das Gebäude, dass dieser Hellseher da auspendelte oder dass der Schleier sich tatsächlich auch zu einem bestimmten Zeitpunkt in diesem Gebäude sich befunden hatte. Also es kommt auch hier vor, dass die Polizei bestimmt auch mehr, als sie es nach aussen zugibt, mit medial begabten Menschen arbeitet. Arbeitest du auch manchmal für die Polizei und so? Schon, aber weniger hier in Europa. Es ist sehr schwierig, in Kontakt zu treten mit Behörden. Es kommt manchmal vor, dass ich speziell oder eher von Familienangehörigen, zum Beispiel von Entführten oder von allgemein vermissten Personen angefragt werde, Informationen zu geben. Das mache ich dann und so werden die Informationen, die ich dann natürlich sehe, indirekt an die Behörden weitergegeben, wobei es schwierig ist zu sagen, was genau damit passiert. Hier steht es, glaube ich, drin, ja. Der Blick hinter verschlossene Türen, Analyse von Politikern, Kriminellen, Aufspüren von Vermissten. Da stehen solche Geschichten drin. Eins dieser vielen Bücher, die du geschrieben hast, aber die meisten beschäftigen sich ja eigentlich nicht so sehr mit dir selber, sondern wie man das alles lernt, was du da kannst. Dazu kommen wir jetzt auch noch. Ich sage mal eine Frage, wie bist du jetzt überhaupt dazu gekommen? Wie wird man von Beruf hellseher? Also ganz kurz, ich meine, jeder hat das schon mal erlebt, dass er aufs Handy guckt und erwartet einen Anruf von der Mutter oder so und die ruft dann an. So, okay. Habe ich kurz hell gesehen, aber dann auf Kommando funktioniert es wieder nicht. Also wann kommt jetzt der Moment, wo man sagt, okay, ich bin jetzt nicht nur so ein bisschen medial veranlagt oder so ein bisschen intuitiv oder so, sondern ich bin wirklich von Beruf hellseher. Wie bist du dazu geworden? Ich habe bereits während dem Gespräch zweimal den Begriff Berufung benutzt, weil es tatsächlich ein Talent ist, mit dem man geboren wird, das einem erlaubt, alltägliche Intuition so intensiv einzusetzen, dass sie zu Medialität wird. Wir können auch sagen, oder wir können den Vergleich ziehen zum Beispiel mit der Musik. Intuition wäre ein Profimusiker, der ein bisschen für sich zu Hause spielt und Musik zum Spass einsetzt. Und Medialität oder Hellsehen wäre vergleichbar mit dem Berufsmusiker, der eben dieses kreative Talent, das er durch die Musik hat, nach aussen vertritt und damit auch seinen Alltag verdient. Mit der Medialität ist es genauso. Es gibt Menschen, die besitzen ein ausgesprochen geprägtes, ausgeprägtes Talent, der Medialität des Hellsehens. Und wenn dieses natürlich bewusst ist, dann kann das auch als Beruf eingesetzt werden, um Menschen zu helfen. Ich gebe selbst viele Seminare weltweit und lerne den Menschen, wie sie Intuition in Medialität oder in Hellsehen umwandeln können. Und das gelingt natürlich bei den einen besser als den anderen. Aber ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass tatsächlich die meisten Menschen eine Grundveranlagung haben, Intuition zu vertiefen, dass sie eben auch persönlich zum Beispiel hellserische oder ausgeprägte intuitive Wahrnehmungen haben können. Zum Beispiel das Beispiel, das du jetzt eben nannst, mit dem Telefon, dass man dann plötzlich intuitiv spürt, da ist eine Verbindung zu jemandem und dieser jemand ruft dann an. Ich arbeite stark mit der Technik Remote Viewing, also die Technik, der Name sagt es ja aus dem Englischen, in die Ferne sehen. Und wir machen dort während diesen Seminaren, und in meinem neuesten Buch geht es sehr viel um das Thema Remote Viewing, in meinen Seminaren, da visualisieren dann zum Beispiel die Seminarteilnehmer eine Drittperson, sei das jemand, der mit mir zusammen arbeitet oder ein guter Freund, der sich irgendwo befindet, von dem die Seminarteilnehmer nicht wissen, wo. Und dann müssen diese Leute meditieren und müssen sich vorstellen, intuitiv, hellseherisch, wo die Person sein könnte und die Gegend beschreiben. Und die Treffsicherheitsquoten sind doch immer erstaunlich hoch, wenn man davon ausgeht, dass das keine Profis sind und trotzdem sehen die immer wieder Eindrücke, von denen man sagen muss, doch, das ist kein Zufall, sondern das passt sehr gut zum Bild. Also wir können es tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt lernen. So wie jeder von uns, wenn er sich ein bisschen Mühe gibt, stille Nacht, heilige Nacht auf der Flöte, Blockflöte lernen kann. Okay, aber Remote Viewing ist jetzt kein Blockflötenspiel. Also es ist ja schon ein militärisches Protokoll, das in den 70er Jahren entwickelt worden ist vom amerikanischen Geheimdienst, Militärgeheimdienst, um militärische Ziele des politischen Gegners auszuspionieren. Also hellsehen beim Militär, das hat es wirklich gegeben. Aber du hältst dich nicht so richtig ans Protokoll, ne? Du bist ja eigentlich eher so der unkonventionelle Remote Viewer. Ja, ich nenne mein Remote Viewing Freestyle Remote Viewing, weil es tatsächlich nicht jetzt streng mit dem Protokoll arbeitet, obwohl ich natürlich auch Segmente des traditionellen Remote Viewings einsetze und dann aber mit von mir persönlich entwickelten Techniken ergänzte. Und ich habe immer wieder Seminarteilnehmern an meinen Remote Viewing Seminaren, die das klassische Remote Viewing lernten und sich nun für meines interessierten. Und ich bekomme immer eigentlich die gute oder positive Rückmeldung, dass mein Remote Viewing ein bisschen spannender oder interessanter sei, weil es eben nicht so streng nach Vorschriften arbeitet, sondern dem individuellen Wahrnehmungs- oder der individuellen Intuition ein bisschen mehr Freiraum lässt. Deswegen nenne ich es auch Freestyle Remote Viewing. Bei welcher Art von Problemen oder Fragestellungen kann das eigentlich nützlich sein? Also ich kann mir vorstellen, wenn man Präsidentschaftskandidat in Bolivien ist, gibt es viele Fragen. Zum Beispiel, wo wartet die nächste Autobombe oder so auf mich? So viele Sachen auch nicht. Solche Sachen so, aber jetzt für den normalen Alltag. Also jetzt mal ehrlich, wir kommen doch eigentlich auch so gut klar, oder? Wofür brauchen wir sowas wie Intuition und so? Reicht es nicht einfach, wenn wir an uns selber glauben und uns das herbeimanifestieren, dann müssen wir doch nichts hell sehen. Es kann doch sowieso nichts passieren, was wir nicht wissen, wenn wir es alles manifestieren um uns herum, oder? Jein. Es gibt natürlich Momente, an denen kommen wir alleine nicht unbedingt mit allem Schlag oder zu Recht. Das ist mit einem Anwaltsbesuch oder Arztbesuch nicht anders. Wir können uns zu Hause mit Grossmutters Rezeptkästchen gut heilen und helfen. Bis zu einem gewissen Punkt müssen wir dann halt zu einem Arzt gehen. Wir können auch durch den Alltag uns kämpfen ohne juristischen Beistand. Es sei dann, wir kommen in eine Situation, da geht es eben alleine nicht mehr. Wir benötigen einen Profi. Mit der Medialität, mit dem Hellsehen ist es genauso klar. Wir sind alle intuitiv. Das heisst, wir empfangen immer wieder persönliche Wahrnehmungen und Eindrücke zu etwas. Wir können unsere Zukunft auch durch persönliche Entscheidungen verändern. Aber es gibt auch immer wieder Entscheidungen, bei denen es hilfreich sein kann, wenn eben eine intuitiv begabte Person helfen kann, gewisse zukünftige Entwicklungen zu analysieren. Nicht jetzt nur für Politiker, sondern auch Geschäftsleute. Ist eine mögliche Zusammenarbeit mit XY ratsam oder nicht? Ist es für mich ratsam, dieses oder jenes Geschäft anzugehen? Im Familienalltag, wenn zum Beispiel das Paar ein unüberwindbares Problem hat, woher kommt das Problem? Könnten wir etwas machen, um das Problem zu beheben? Also in vielen Aspekten, speziell in der Eins-zu-Eins-Coaching, wenn es auch um Zwischenmenschliches geht und nicht um Berufliches oder Politisches, kommt eine mediale Beratung einer therapeutischen Unterstützung oft nahe, weil man tatsächlich auch zum Beispiel dank der medialen Wahrnehmung Menschen tiefer lesen kann als andere. Und das kann sehr hilfreich auch für den Alltag sein, wenn man ganz einfach wissen will, wie geht es weiter, was könnte für mich oder meine Kinder gut sein. Und ich schreibe das auch in meinen Büchern immer, eine mediale Beratung alleine ist spannend und ist sicher auch sehr hilfreich, aber ich empfehle auch immer ergänzend zu weiteren professionellen Unterstützungen, zum Beispiel dem Politiker, dass er meine Analysen mit seinen Politologen oder politischen Strategen abergänzt und bespricht. Ich sage meinen Klienten auch immer, ich bin kein Therapeut, ich kann gewisse therapeutische Ansätze liefern, aber es ist immer wichtig, dass man zusätzlich noch einen Psychologen oder Psychotherapeuten aufsucht und von dem sich auch weiterhin beraten lässt. Wir machen übrigens, ich mache auch sehr viel Austausch, das heisst Therapeuten schicken mir ihre Klienten, wenn sie plötzlich irgendwo nicht weiterkommen oder ich schicke Klienten von mir, wenn ich sehe, die benötigen professionelle Unterstützung von einem Therapeuten, dann empfehle ich ihnen den einen oder anderen Therapeuten, man kann sich so auch sehr gut aushelfen. Also du schickst auch wirklich manchmal Leute zum Psychologen, oder zu? Ja, weil ich bin ja kein Therapeut, ich reise sehr viel herum und wenn ich sehe, eine Person hat ein Problem, dann empfehle ich dem von Anfang an auch zusätzlich einen Therapeuten aufzusuchen. Ich kann manchmal auch anhand eines E-Mails sehen, dass eine Person ganz klar starke Persönlichkeitsprobleme, Schizophrenie oder wirklich starke Probleme hat, von denen ich dann ganz klar von Anfang an sage, tut mir leid, ich kann eine Sitzung, in diesem Sinne macht eine Sitzung keinen Sinn mit mir, ich würde dir wirklich nur psychiatrische oder psychologische Hilfe aufsuchen, weil die können dich begleiten. Meines ist eher eine Art von Coaching, wenn es jetzt um Alltagsberatungen geht oder halt eine sehr professionelle mediale Beratung, wenn es um geschäftliche oder privatpolitische Situationen geht. Okay, und wie geht das? Also du setzt dich hin und guckst dir den Mann an, guckst dir in die Augen oder woran siehst du jetzt, was mit dem passiert? Ich arbeite viel über Skype, das heisst, ich mache einen Termin aus mit einer Person, dann sehen wir uns über die Kamera und dann gucke ich mir die Aura an. Die Aura ist ein Energiekörper, ein feinstofflicher Körper, der in und um den Körper des Menschen besteht. Den kann ich sehen, den können andere auch sehen. Diese Aura hat verschiedene Farben, Symbole, Bilder und diese Farben, diese Symbole und diese Bilder, die kann ich interpretieren und die können mir zum Beispiel zeigen, wie sich eine Situation entwickelt, ob ein Problem auftaucht oder nicht. Diese Bilder können zum Beispiel Metaphern sein, die eine Situation umschreiben oder sie können eins zu eins ein reales Bild wiedergeben, zum Beispiel eine Personenbeschreibung, wie man es bei Remote Viewing macht, eine Ortsbeschreibung, wie man es bei Remote Viewing macht oder eben eine Metapher, wenn zum Beispiel jemand fragt, wie geht mein Geschäft aus und dann sehe ich einen grossen Baumwachsen mit goldenen Blättern, dann ist es natürlich klar, dass dieser Baum nicht real ist, sondern dass dieser grosse Baum und diese Blätter für Erfolg und Reichtum und Fülle stehen. Ist es nicht manchmal möglich, dass man vielleicht so eine Vision, die man da hat, dass man sich das einfach einbildet, dass man das irgendwie, also, dass man es verwechselt mit irgendwelchen Wunschbildern, die man selber hat? Das kann passieren, speziell dann, wenn man zum Beispiel für sich selbst etwas gucken möchte oder Menschen, die einem nahe stehen, weil man dann nicht objektiv genug ist, distanziert genug, eine Situation tatsächlich intuitiv so zu sehen, wie sie ist. Ich persönlich aus diesem Grunde mache keine medialen Beratungen für Familienangehörige oder sehr, sehr, sehr enge Freunde. Und um dem vorzubeugen, wenn ich aber mit einer weltfremden Person arbeite oder einem Kunden, den ich schon lange kenne, aber mit dem eine Distanz natürlich immer gegeben ist, da habe ich ja nichts davon, wenn ich mir ein Wunschbild visualisieren möchte, weil das hilft jeder dem Kunden noch mir, sondern da schaue ich dann natürlich schon konkret und nur auf die intuitiv-medialen Bilder. Und das unterscheidet dann natürlich auch den Profi vom Amateur, weil man als Amateur oder als jemand mit weniger Erfahrung diesen Fehler selbst bei fremden Menschen noch eher macht als bei sich selbst, weil man dann noch nicht unterscheiden kann, währenddem der Profi ganz klar weiss oder spürt, wie er Fantasie mit realen Bildern unterscheiden kann. Und wenn man dann halt plötzlich unsicher ist, auch als Profi, das mache ich selbst auch, dann kann man sich zum Beispiel auch noch mit jemand anderem zusammentun, der auch so arbeitet, wie man das macht und den noch um Hilfe fragen. Also ich zum Beispiel auch jetzt bei mir selbst, ich habe zwei, drei sehr gute Freunde, die arbeiten auch medial und da machen wir auch oft Austausch, da skypen wir dann zwei Stunden lang, dann liest jeder dem anderen die Aura. Ach ja. Ja. Okay. So, jetzt stelle ich natürlich auch immer gerne kritische Fragen, ja. Wir hatten auf dem Stuhl, wo du jetzt sitzt, auch mal Dr. Dr. Walter von Lucadou sitzen, großer Parapsychologe, kennst du sicherlich, Leiter der Parapsychologischen Beratungsstelle und irgendwie für Okkultismusopfer, so hieß das früher. Und er hat ein Modell entwickelt und sagt, also er führt diese ganzen Sachen wie Telepathie, Hellsehen und das alles eigentlich auf eine gemeinsame Ursache zurück, nämlich auf eine Art Verschränkung. Wir sind verschränkt mit der Umwelt und wir spüren da einfach irgendwas rein, aber er sagt, es ist ein Merkmal dieser Verschränkungen, dass man sie nicht bewusst einsetzen kann, weil es keine Kausalität ist, sondern Verschränkung. Wenn es so wäre, dann könnte man ja auch die Lottozahlen vorhersagen oder man könnte an der Börse zocken. Was sagst du jetzt dazu? Steht das nicht eigentlich deinen Aussagen, dass du das einschalten kannst, wann du willst und so diametral entgegen? Er ist bestimmt eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Er weiss sehr viel im Theoretischen. Ich weiss nicht, wie stark er auch medial intuitiv veranlagt ist und wie weit seine Erfahrungen hauptsächlich theoretischer Natur sind. Ich stimme mit vielem von dem, was er sagt, überein. Nicht unbedingt in dem Punkt, weil meine Erfahrung zeigt mir, dass man es ein- und ausschalten kann. Das ist wie mit einem Künstler. Man kann eigentlich fast immer ein Bild malen oder Musik komponieren. Ganz klar, man hat nicht immer dieselbe Inspiration. Auch mir geht es manchmal so, dass ich an einem Tag nicht inspiriert bin, dass nur wenige Informationen kommen und an einem anderen Tag kommt sehr viel. Aber meine Erfahrung zeigt mir, dass man es ein- und ausstellen kann. So gesehen bin ich mit ihm in dieser Aussage nicht einig. Wenn ich jetzt sage, sieh mir das voraus, dann kannst du das jetzt hier sofort oder musst du dich da erstmal in den Zustand bringen oder zwei, drei Tage warten, bis du diese Inspiration hast oder wie läuft es? Das kommt auf den Fall darauf an. Wenn ich natürlich mit einem Kunden auf Skype arbeite, dann kann ich mir keine zwei, drei Tage Zeit nehmen, um ihm die Zukunft zu analysieren. Dann geht das Schlag auf Schlag. Dann passiert das alles innerhalb von einer Stunde, werden mehrere Themen besprochen. Aber wenn es um wichtige Themen oder schwierigere Fälle geht, wie zum Beispiel das mit dem Flugzeug oder mit vermissten Menschen, da nehme ich mir Zeit, da sage ich dann auch den Kunden, gib mir zwei, drei Tage, einfach auch, um für mich in den Fall zu gehen, um damit zu meditieren, um damit schwanger zu gehen, bis ich dann plötzlich spüre, aha, jetzt fängt es an zu fliessen. Dann setze ich mich hin und schreibe Bilder, die mir kommen, auf und gebe die dann den Kunden weiter. Also dieses Aura sehen, das kann man wirklich auch so lernen, wie du das kannst. Bringst du das den Leuten bei? Das kann man lernen. Ich mache auch Kurse darin. Ich mache Modulaufbaukurse. Das geht sehr gut. Die Menschen lernen das tatsächlich auch. Und viele meiner ehemaligen Schüler arbeiten zum Beispiel auch therapeutisch oder integrieren das in ihre konventionelle Therapieform oder haben durch diese Seminare gelernt, dass sie selbst auch starke Veranlagungen für solche Themen haben und haben dann auch selbst angefangen, Kurse zu geben oder Sitzungen. Okay, aber dann gibt es ja Fälle, wo du Sachen siehst oder vorher siehst oder fern wahrnimmst, wo es gar nicht um eine Aura geht. Also du hast mir mal, als ich dich ausgecheckt habe, da hast du mir mal ein Empfehlungsschreiben weitergeleitet von einer bolivianischen Staatsanwältin, die wollte was von dir. Was wollte die? Es ging darum, sie wurde vom Gericht für Menschenrecht dazu beauftragt, noch offene Fälle für Misser-Dissidenten während einer bolivianischen Diktatur zu finden, deren ihre Überreste. Und man wusste nicht genau, wo die begraben wurden. Und die haben doch keine Aura mehr. Mit denen kannst du kein Skype-Gespräch mehr machen. Nein, zumindest nicht auf der dritten Dimension. Aber dort zum Beispiel habe ich tatsächlich mit der Seele der Person Kontakt, des verstorbenen Kontakt aufgenommen und konnte so sehen oder spüren, wie es ihm damals ging. Und ich konnte auch mit seiner Seele in Kontakt treten, die auch heute noch im Äther, im Raum und Zeit irgendwo ist. und während einer Meditation, in der ich dann Remote Viewing machte, weil Remote Viewing kann man ja nicht nur über Distanz machen, sondern man kann auch über Raum und Zeit sehen. Das heisst, man kann Bilder aus der Vergangenheit oder Zukunft holen. Und ich habe dann natürlich durch die Verbindung mit der Seele von diesem Verstorbenen habe ich um Bilder gebeten, die mir zeigen können, wo diese Verstorbenen zu finden seien. Ich habe das dann aufgeschrieben, habe dieser Staatsanwältin, die Unterlageninformationen gegeben. Das waren zwei mögliche Punkte. Auf einer Landkarte habe ich hier angegeben, man ist dann zu beiden Punkten gegangen. Und das ist übrigens, man muss sich das vorstellen, diese armen Menschen, die wurden vor 30 Jahren getötet. Man hat tatsächlich, 30 Jahre später, konnte man dank meiner Hilfe diese Überreste finden. Die Knochen und die Fälle sind jetzt vor dem Internationalen Gerichtshof, werden dort auch behandelt. Man hofft natürlich damit, das alles zu einem Ende zu bringen. Es geht da um Wiedergutmachung für die Hinterbliebenen und man hofft natürlich auch noch, Überlebende von den damaligen Todesschwadronen noch vor Gericht bringen zu können. Gibt es eigentlich irgendwelche Sachen, die sich negativ auswirken auf mediale Fähigkeiten, Alkohol, Zigaretten, Fleisch essen? Es kommt auf die Menge darauf an. Ich trinke Alkohol, rauche manchmal Zigaretten und esse Fleisch. Aber ich würde das natürlich nie in Mengen oder nicht mal in minimalen Mengen vor einem Seminar oder vor einer Sitzung machen, weil das tut weniger gut. Aber speziell ein Bier oder ein Glas Wein nach einem anstrengenden Seminar oder nach vielen anstrengenden Sitzungen kann schon beim Erden helfen. Was auch ein bisschen schwierig ist, wenn man medial stark sensitiv veranlagt ist, dass es schwierig wird, an gewisse Orte zu gehen, an denen sehr viele Menschen mit sehr vielen schwierigen oder ich möchte nicht sagen negativen Energien sind, zum Beispiel total überfüllte Einkaufszentren. Wo die Leute gierig sind. Zum Beispiel. Oder ein Fussballspiel mit viel Gewaltpotenzial in vielen der Zuschauer, nicht in allen. Aber es gibt solche Orte, an denen man sich dann eben eher zurückzieht, weil es einem nicht gut tut und weil man sehr schnell müde wird, weil man einfach extrem ausgelaugt wird. Was kann man dagegen machen? Nicht mehr an solche Orte gehen oder wenn man dahin gehen will oder muss, sich meditativ gut schützen, indem man meditiert, bevor man dahin geht. Sicher auch immer wieder ein bisschen abgrenzt von zu engen Gruppen, die dann eng zusammenstehen, sondern vielleicht sich ein bisschen abgrenzt halten. Das kann alles auch helfen. Gibt es eigentlich überhaupt irgendwelche Charaktereigenschaften, die sich förderlich oder abträglich auf solche Medialität auswirken? Also dass man sagt, Leute, die eher introvertiert sind, sind vielleicht eher geeignet, diese Intuition zu entwickeln oder so? Nein, ich glaube, schwierig zu sagen, ich glaube nicht, weil ich kenne hellseherische, also ich kenne hellsehermediale Leute, die sind sehr extrovertiert, andere sind introvertiert. Ich kenne solche, die sind veganer, andere sind Alkoholiker. Es gibt solche, die sind unverheiratet, andere sind verheiratet mit fünf Kindern. Die einen sind getrennt, die anderen nicht. Ich glaube nicht. Ich würde sagen, ein gewisses, was sicher Grundvoraussetzung ist, ist eine Ehrlichkeit zu sich selbst und zum Leben, weil man hat ja auch eine Verantwortung mit der Information, die man erhält. Man gibt die ja auch weiter und beeinflusst auch viele Menschen und will damit natürlich auch Positives tun, obwohl es auch viele Menschen gibt, zum Beispiel im schwarzmagischen Bereich, die das nicht unbedingt so sehen und anders benehmen. Aber ich würde sagen, eine medial begnadete Person hat es nicht anders als einen Künstler oder auch jemand, der ein akademisches Talent hat. Es gibt gewisse Persönlichkeitsregeln, die man befolgen sollte, aber ich denke, eher für sich selbst oder für die Gesellschaft als das Talent. Nochmal zurück kurz zum Remote Viewing. Das wurde ja eingestellt vom Militär, weil man gesagt hat, die Treffsicherheit ist nicht hoch genug. Wie genau sind solche Vorhersagen? Wie ernst ist das eigentlich zu nehmen? Und kannst du alles vorhersagen? Gibt es Grenzen? Es gibt natürlich Grenzen. Es ist nicht immer einfach, an Bilder zu kommen. Manchmal vermischt man auch Wissen, das man bereits hat, zu einer Situation mit intuitiven Bildern. Da können Vermischungen passieren. Es ist sicher zweifellos so, dass diese Information gut ist und hilfreich sein kann und auch heute noch sehr viel eingesetzt wird. Aber klar, es gibt Grenzen. Du hast das Beispiel Lotto-Nummern vorhin angesprochen. Das ist meines Erachtens nicht möglich. Ich kenne auch noch niemanden, der das gemacht hat oder der damit Erfolg hatte. Obwohl jeder sagt, er hat irgendwie schon mal von jemandem gehört, der das konnte, aber so richtig Namen nennen konnte noch keiner. Klar, es gibt Grenzen. Es gibt Remote Viewer, die visualisieren sich die Rückseite des Mondes oder des Marses. Finde ich jetzt schwierig, weil man ja nicht weiss, wie das da hinten tatsächlich aussieht. Aber man kann sich auch mit ganz banalen Übungen testen, indem man versucht, eine Gegend zu beschreiben, die jemand anderes kennt oder davon ein Bild gemacht hat. Man versucht, das Bild zu beschreiben und dann vergleicht man die persönlichen Eindrücke mit dem, was auf dem Bild ist und dann sieht man ja relativ schnell, wie gut man war oder halt eben nicht. Hast du es denn mal versucht, an der Börse zu zocken oder so? Ich meine, selbst wenn du jetzt nicht genau die Lottozahlen vorhersagst, aber es muss doch irgendwie möglich sein, damit Geld zu verdienen an der Börse oder so. Ist es und das mache ich auch. Ich kann durch, und das kann man ja auf meiner Webseite lesen, ich mache immer wieder Analysen zu politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen und da nutze ich dann natürlich, wenn ich Schwankungen an der Börse sehe oder wenn ich politische Situationen so eintreffend sehe, wie ich es vorhergesehen habe, dann analysiere ich natürlich die lokale Wirtschaft und den lokalen Markt und was kann das für Auswirkungen haben, wo kann etwas sinken und wo kann etwas steigen und so kann man natürlich bei rechtzeitigem Einkaufen und Verkaufen Gewinne machen oder ich lese eine Wirtschaftsbörsenzeitung online, versuche intuitiv Titel zu spüren, die sich in der nächsten Zeit stark bewegen könnten und da funktioniert es auch relativ gut, wobei wir haben vorhin auch von der objektiven Distanz gesprochen, die nötig ist, um eben gut und seriös lesen zu können und in meiner Erfahrung ist das mit der Börse auch ein bisschen so, das heißt zum Beispiel für mich, ich habe gemerkt, wenn ich mehrere Titel innerhalb von kurzer Zeit kaufen und verkaufen möchte, dann kann eine gewisse, ich möchte nicht sagen Gier, aber doch Erwartung eintreten, ich will noch mehr Geld verdienen und dann kann es in die Hosen gehen. Die Dollarzeichen in den Augen versperren die Sicht. Genau, das heißt, ich halte mich dann zum Beispiel, wenn ich ein oder zwei Titel mit gutem Gewinn verkauft habe, ziehe ich mich aus Erfahrung dann zurück, mindestens zwei, drei Wochen und warte, bis einfach meine innere Ausrichtung wieder neutral genug ist, dass ich mich da wieder hin wage, aber doch, man kann sich schon mit einem, man kann sich einen schönen Nebenverdienst machen damit. Okay. Du hast ganz viele Bücher noch geschrieben, Intuition als Schlüssel deiner Seele steht hier, die Kraft der Seelensprache und so weiter und so fort und ich glaube, jetzt bist du auch gerade wieder dabei, ein Buch zu schreiben. Genau, ich bin jetzt wieder dabei, ein Buch zu schreiben, das wird im kommenden Herbst veröffentlicht, ich gehe in zwei Wochen nach Österreich, da werden wir drei neue Meditations-CDs veröffentlichen und dieses Buch ist das neueste, das wurde auch mit Hellsehen, das wurde mit meinem jetzigen Verleger, mit dem neuen Verleger in Österreich veröffentlicht und mit dem werden wir nächstes Jahr ein weiteres Buch veröffentlichen, über das ich mich jetzt schon freue. Kann man denn wirklich Hellsehen aus einem Buch lernen? Man kann es sich nicht so lernen, dass es professionell eingesetzt werden kann, aber es ist wie mit jedem anderen Handbuch, es gibt eine gute Grundidee, wie man mit den Themen umgehen kann und ich höre von Lesern meiner Bücher immer wieder, dass sie zufrieden sind mit den Übungen. Letzter abschließende Tipp an die Zuschauer, wie sie ihre Intuition steigern können im Alltag. Sehr gerne. Auf das Vertrauen, was man in sich spürt, man sagt auch, dass die ersten drei Sekunden oft intuitive Eingebungen sind. Das heisst, wenn man sich mit einem Thema auseinandersetzt und plötzlich Gedanken erhält zu einem Thema erhält, ohne darüber zu viel nachzudenken, dann sollte man diejenigen Eindrücke oder Gedanken als mögliche Richtungsanweisungen nehmen, die man in den ersten drei Sekunden hat, weil danach schaltet sich oft der Kopf ein und fängt an zu fälschen. Bauchgefühl, Intuition, das ist alles dasselbe. Man kann mit einem guten Selbstvertrauen und mit einem gesunden Menschenverstand täglich schön eingesetzt werden, man kann sein eigenes Leben besser gestalten und kann auch anderen dazu helfen. Ja, okay. Da viele unserer Zuschauer jetzt im Moment wahrscheinlich nicht hellseherisch begabt sind, blenden wir hier mal die Internetadresse ein, martinzoller.com, da gibt es weitere Informationen und es gibt auch eine englische Website. Und spanisch, genau. Und spanisch, das ist ja deine Hauptsphäre, sozusagen, die hauptsäherische Sphäre. Und da gibt es auch viele interessante Vorhersagen über die Zukunft Europas, Asiens, Amerikas und so weiter. Vorhersagen, die auf jeden Fall ein weiteres Gespräch wert sind hier in dieser Runde. Vielen Dank erstmal für das Interview. Vielen Dank Ihnen für die Aufmerksamkeit und fürs Zuschauen. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.